Ja, ganz schön. Wo bist du? Ich bin noch nicht da, ich bin noch im Ladebildschirm. Hast du da? Ich bin hinter dir. Sehr schön. Guck mal, die spielen Ball. Scheiße. Ja. Ich finde diesen Schakal... Ich finde diesen Schakal-Skin ja so geil. Diesen Drifter-Skin mit dieser Maske. Ja. Das könntest du dir kaufen, glaube ich. Ja, das bekommt man... Wir springen doch woanders, hier. Ja. Wenn ich Battle Pass kaufe, dann bekomme ich das direkt als erstes. Wie sitzt denn die Markierungen? Es hat Battle Pass. Ja. Mit M, oder? Oh, aber jetzt weiß ich, wie ich den bekomme. Eigentlich direkt am Anfang. Keine Ahnung, weil bei mir fand ich so Battle Pass. Der Kostlose oder hast du Geld ausgegeben? Äh, bei mir... Ich hab einfach mal irgendwas gedrückt und dann stand da Battle Pass. Ja, es gibt ja einmal einen Kostlosen und es gibt einen, wofür du Geld bezahlen musst. Auf diesen goldenen, diesen Season Battle Pass. Ich hab irgendwas gedrückt und dann stand das da... Hm? Ich hab irgendwas gedrückt und dann stand das da... Ich hab irgendwas gedrückt und dann stand das da... Ja, das steht hier auch angucken, kann ich es mir auch. Sind wir die Einzigen hier? Bei mir auch... Da sind auch zwei wieder unten. Ja, da flink... Nee, vier, fünf... Sechs... Okay, machen wir. Ach du Scheiße... Ja, das sind ganz schön viele. Ja... Du bist doch auch ganz da oben. Du nimmst das Schwarze, ich nehm das Graue. Hier ganz hinten ist auch noch ein Haus, vielleicht ist da was Gutes und da umstehen noch so ein Porno Wohnwagen. Das hier? Ja. Ja, aber ich nehm das hier. Ja. Ist die Schüsse, ist die Schüsse. Ich hör noch gar nicht, aber ich bin noch ein bisschen weiter weg. Ja, aber ich... Nee, die Schüsse, ja. Hinter dir war ne Waffe. Boah, wo ist die Zone? Bestimmt weit weg. Aber wir haben drei Minuten Zeit, ist alles gut. Ist alles gut. Ich hab Schild, ich hab Schild. Da unten ist ne goldene Box, oder? Ich hab Schlafen. Schildrank? Yeah. Sag dich doch. Ich hab ne goldene Kiste. Boah, das ist einfach nur eine normale Kiste. Was normal? Eine normale Kiste, die du hast. Sagt halt golden aus, war die nicht golden? Die war gold. Ich hab auch eine Kiste für. Eine grüne Waffe und zwei Schlörfis. Schlörfis, das hört sich süß an. Das war der Schildrank, oder? Ja. Kann ich noch einen Schlörfsack geben? Ja. Ja. Also zwei kleine. Haben das welche gebaut hier? Oder ist das Deko? Das sieht gebaut aus. Ich könnte dir noch eine kleine Waffe geben. Also schnell. Ja. Ja warte, ich komm mal zu dir. Ich hab nämlich hier grad ein bisschen Angst. Ich hab schon meine zweite Kiste. Ja. Ich muss gleich mal ein paar Rohstoffe mitnehmen. Ich hab nämlich jetzt wirklich noch gar keine gefarmt. Ich könnte dir... Ich hab keine seltenen Waffen. Und noch einen Schlörf-Trank. Da muss eine Kiste drauf. Haus ist jetzt leer. Haus ist leer. Wo die Bandagen natürlich nicht ganz so gut sind. Scharfschützengewehr. Ich hab einen Sniper, aber ich kann damit sowieso nicht umgehen. Willst du das haben Niklas? Ein blaues? Ein blaues? Da. Ja. Welche Farbe? Ein blaues? Warte mal. Hier sind welche. Hier. Warte. Mach mal. Ich muss nachladen nach jedem Schuss, glaube ich. Scheiße. Warte. Wie schmeiß ich das weg? Einfach auf Inventar und ausziehen. Wie mach ich denn das? Wie wenn du wechselst. Wenn du die Waffen wechselst. Weißt du? Und dann? Nochmal. Zwei? Nee. Weißt du wo Inventar ist? Ach so. Auf Tabulator. Oh, da geht mein verrascht und volles Inventar. Ja. Ich hab's dir hingelegt. Hier. Hier. Danke. Keinen Schilddrank habe ich aber schon dreimal. Warte mal. Ich schmeiß das raus. Machst du noch Video? Ja. Ein Schuss. Wow. Ja. Ich hab eben schon einen vergeigt. Warte. Wo ist da jemand? Bei mir ist aber 6 oder 7 Schuss. Kann ich die Munition extra noch rauswerfen? Ach. Ja. Ich hab noch 5 Sniper. Da. 6. Gut. Also 5. Gehen wir in die Richtung von dem? Und die gehen jetzt auf die... Nur noch 13 Sekunden schnell hier raus. Scheiße, ja. Habe ich den eigentlich getroffen mit dem Gewehr oder nicht? Ja. Was der überlebt hat. Noch eine Sekunde, okay? Run. Run. Laufschlampe, lauf! Nein, ich muss gerade daran denken. So run. Und dann... Huh? Run. Was haben die sich da gebaut? Ah, das ist so ein... So ein Teil wohrend. Also so wie eine Bombe, was man werfen kann. Und dann entsteht dann aus. Komm. Ja. Ja. Komm. Run. Ich bin... Ich bin dran. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Woher hin? Ohne! Was? Ach du Scheiße. Wo ist der? Da. Da oben. Der Bauter hätte. Granate. Da. Auf der... Die Bauter. Sag, wer ist denn die Zahl? Äh, 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 285. Das hat angegriffen. Sniper, Sniper ist dabei. Bist du tot? Ja, ich bin dran. Ist ran. Ist ran. Mit seinen Zetteln in der Hand. Ich weiß, du willst rennen, Babe. Äh, ey. Ja. Spring. Äh, der Baut schneller als du. Ja, ist doch Handyspieler. Es liegt wieder am PC. Mein PC baut schneller als sonst. Ja, okay. Baut schneller vielleicht. Aber wechsel nicht schneller. Ja. Die sinken aus in der Zone, glaube ich. Da ist eine Maya-Pyramide mit einem abgestürzten Eiswagen. Und ein schlafender Bus. Weck den Bus bitte nicht auf. Ja. Ja. Die sind in der Zone. Die sind in der Zone. Also in der Zone. Im Sturm. Die sind in der Zone. Also in der Zone. Im Sturm. Im Sturm, ja. Sehr schön. Ich glaube es auch. Das ist die Rache für mich. Ja. Äh. Äh. Das ist noch ein Stück. Hast du was zum Heilen dabei? Oh oh. Oh nein. Geh rein. Was? Das ist ja richtig mies. Hm. Mies. Oh oh. Oh oh. Lauf! Nee, das schafft ihr nicht. Das schafft ihr nicht. Nee. 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 Oh mein Gott. Sie haben Candy getötet. Boah. Das waren nur noch ein paar Meter. Ja. Aber das wird auch nicht mehr geschafft mit der Lebensenergie. Ja. Ich weiß. Wie viele Runden noch? Wie viele Runden wir noch spielen? Ja. Wir machen noch ein paar. Je nachdem wie lange der Mamas Handy haben darf. Ja. Mama bemerkt das nicht. Wollst du jetzt Team spielen? Wollst du jetzt Team spielen? Das wäre doch nicht sein. Bis wo man doof ist. Ja. Ja. Okay, spielen wir in Team. Warte. 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 Stopp. Guck mal. Guck mal. So. Auf 1, 2, 3 tanzen wir. 1, 2, 3. Oh man. Mal. Zähl du runter. Zähl du runter. Zähl du runter. Okay. 1, 2, 3. Naja. Fast. Warte. Kannst du lieber kaufen? Ja. Also du kaufst lieber. 9,99€. Ja. Ich hoffe ja mal dass ich welche umsonst kriege durchs Siege. Warte. 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 Ich esse jetzt kurz ein Stück Kuchen. Der Kuchen ist nämlich richtig nice selber gebacken in Plastikfolie. Ich hab voll Bock mit dir zu spielen. Wo bist du? Dankeschön auf jeden Fall mit dir auch. Aber ich war gerade am Kuchen essen deswegen konnte ich nicht antworten. Ich schalte schon mal die Konkurrenz aus. Lass die Katze in Ruhe. Das ist ein Schakal. Eine Katze. Ich. Nein wir spielen. Warte die Markierung. Wir sitzen in den Ozean. Bin ich blind? Also in Paradise war das nicht? Ich glaub langsam kann es auch auswendig. Ja genau Paradise. Da waren wir ja gestern auch immer. Mhm. Ja. Aber geht da außerhalb hin. In die Mitte gehen wieder alle. Mhm. Danke Busfahrer. Da auf den Berg. Auf welchen Berg? Ich würd sagen wir gehen außerhalb. Warte. Achso. Außerhalb des Berg. Hier so ungefähr. Achso. Ne der Berg ist daneben. Ist doch egal. Das kommt doch jetzt. Da ist bestimmt was drauf. Er will dahin das Dorf. Ja. Da kommen viele hin. Hier sind viele? Hier ist eigentlich gar nicht drauf. Mhm. Ach du Scheiße. Ja. Wo bist du jetzt? Da hinten. Weil ich die Farm jetzt. Wo du gesagt hast. Ah ja. Das ist der eine. Ja. Ja ok. Ich komm zur Farm. Da hinten sind immer echt viele. Mhm. Vielleicht sollten wir irgendwann mal zum Schrottplatz. Was? Hm. Da zwischen den Heus ist bestimmt ne Kiste. Schatz. Und Stamm. Ich bin mit Kassboden. Ja da hinten in der. Da war einfach nur ne Mauer gebaut da. Da war bestimmt ne Kiste drin. Da ist bestimmt eine drin. Weil siehst du das? Wie so ne Mauer gebaut. Ja. Hier kann man sich auch gut verstecken. Bin ich wieder voll dabei. Da ist nur ne Trecker drin. So. Hier ist doch bestimmt was drin. Da? Ne Flaschen. Das ist er. Ich dachte gerade schon. Hier drin vielleicht? Ne. Da an der Seite oder? Habe ich was gesehen darin? Ja. 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 Überraschung. Da ist noch ein Wachsturm. Hast du oben alles? Ja. Glocksturm. Komm wir gehen wieder hin raus rein. Ja. Ich hab auch. Hast du eine Wachsturm? Ja ein Maschinengewehr. Die zwei oder? Glocksturm. 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 Ja. Glocksturm. 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 Was haben uns Maschinengewehr, oder? Ja. Nein, ja, Maschinengewehr. Maschallah-Gewehr. Ich versteh ihn grad richtig schlecht. Ja, ich auch. Okay, ich hab dich aber grad richtig schlecht verstanden. Was dir auch in deinem Video gesagt, die sind mitgekommen. Achso, markiert, ja. Ähm, ja, das auch. Ich hab ne blaue Shotgun. Hoch ab. Da hinten im Badezimmer. Das hat ja schon alles mitgekommen. Ja, ich weiß nicht, als erstes. Willst du keine Waffe? Ob ich was? Eine Waffe willst. Was ist da unten noch? Da hat was ge... Da ist ne goldene. Ja, das mein ich doch. Ja. Oh. Du kannst ruhig nehmen. Ich hab eigentlich soweit jetzt ganz... Ja, er freut sich, dass er in die alles geklautert hat. Ich hab nur ein bisschen wenig Munition, aber sonst... Ich komm wieder runter. Ich komm wieder runter. Nicht zum Blick. Hoch nur. Ja. Niki, ist deine Internetverbindung schlecht? Warum? Wenn man dich ganz schlecht versteht. Oh, ich guck das mal noch. Was machen wir hier? Haben wir es weit? Na, der Internetverbindung ist gut. Gibt es? Gibt es? Gibt es? Sehr schön. Sehr schön. Ja. Aber du... Liegt eine... Ritzbude drinnen. Hm. Da hinten in der Farm. Ja, da sind doch immer Küssen. Ja, ja. Ich fahr mit meinem Traktor dahin. Kann man da fahren? Ja, kann man. Ciao. Seifenstorm gewährt. Das ist eh scheiße. Okay, wieder mal noch ganz hinten. Da ist, glaub ich... Spielmannebox. Ganz hinten da, wo Niklas gerade reingegangen ist. Ja, das hört sich auch schon an. Ja, sag dich doch. Ist noch was Gutes übrig für mich? Keine Ahnung, wo ich den Haus baue. Ja? Ja. Ich bin echt im Überlegen, ob ich die Pistole ja weglege. Mach her, ne. Was war doch die Leine da? Das hab ich denn geschmissen, die kleine Pistole. Okay. Warte, komm, komm her. Ja, ich komme. Ja. Ich hab schon Schilddrang eigentlich genügend. So. Na, nimm. Niklas, eins ist auch voll. Ja, ich... Nimm du mit. Ja. Du hast ja noch eins. Wenn du brauchst, dann... Ja, bitte. Ja, ich sag dann... ich sag dann Bescheid. Da vorne ist noch im leeren Haus, glaube. Warte, da vorne. Ja. Da waren wir, glaube ich, nicht drin. Ne, wir gucken... ich weiß es nicht. Doch, oder? Äh, doch, glaube. Ja, die Tür ist offen. Ja, okay. Wie sonst hast du gute Sachen, weil... Ja, es geht. Da oben, da oben baut sich was zusammen. Nicht, da braut sich was zusammen. Da baut sich was zusammen. Guck mal da oben. Da geht's zur Sache. Du fängst gleich wieder Stress an. Oh nein, scheiße. Nicke. Was denn? Er ist getroffen. Scheiße, von wem? Von wem? Wo war der? Wo war der? Auch da. Ich hab die auch überhaupt nicht gesehen. Ich hab die auch nicht gesehen. nothing Scheiße. Und jetzt sehe ich es wer.